Timmy hat den Bogen raus, denn Timmy is nicht dumm. Doch Mom und Dad und Vicky kommandieren ihn herum. Noch alles noch schlimm für den kleinen Tim, die Zauberfische helfen ihm. Und das Poposanzerei ist der Sorgen frei, die Helfen helfen ihm. Hey, Cosmo, Cosmo und Wander, schweben mit Stehen und Krötchen umgeben. Yeah, Cosmo, Cosmo und Wander, kolossal genial für Madresa. Gummiganzgrüner, ich möchte Cake, Schlangenfleck, Tortenstecks, Rhythmus und Schokoruss. Hey, Cosmo, Cosmo und Wander, holst du was aus, mach dir nichts raus, die Zaubermische. Na klar. Du, AJ? Ja? Wieso geht eine Orange zum Arzt? Ist doch egal. Deine Witze sind's nicht wert zu überlegen. Ach du Schreck, seht ihr, wer da ist? Trixie Tang. Geht das schon wieder los? Sie ist das hübscheste Mädchen der Schule und neben wem wird sie heute sitzen? Neben mir. Was ist heute anders als sonst? Heute wird sie einen freien Platz finden. Ciao. Oh, Entschuldige. Meine Damen und Herren, die bildhübsche und voll angesagte Trixie Tang. Hallo, Trixie. Hi, ihr angesagten Jungs, Ted und Chad. Hallo, Trixie. Hallo, angesagtes Mädchen Veronica, das nicht ganz so angesagt ist wie ich. Hallo, Trixie. Hallo, leere Busbank. So ein Mist, warum mag sie mich nicht? Alter, du bist nicht angesagt. Sieh mal, wer angesagt ist, lässt sich veranschaulichen. Reiche Kids 58 Prozent. Unbeliebte Kids 27 Prozent. Sportskanon 20 Prozent. Und zu welchen zähle ich? Den anderen. Mit mir, Chester und dem Typ mit der Beule. Hi, Trixie. Hallo, weitere leere Busbank. Hm, schade. Angesagt, hä? Daran kann man arbeiten. Wir sind ja so angesagt. Äh, Mahlzeit zusammen. Leute, ich hab ihn böse angeblitzt, aber er will wohl nicht gehen. Doch, mal alle. Es funktioniert nicht. Schnell, Plan B. Mädchen, Jungs. Oh, angesagte Mädchen, angesagte Jungs. Hey, Augenblick mal nicht angesagter Junge, nur für Mitglieder. Ach, was soll das? Beschwer dich nicht bei mir. Ich kann's nicht fassen, dass ich nicht angesagt bin. Doch, du bist angesagt. Deine Freunde mögen dich und wir auch. Sieh dir unsere Schautafel an. 99,9 Prozent mögen Timmy, 0,1 Prozent andere. Wer sind die 0,1 Prozent? Timmy! Ihr seid die mir zugeteilten helfenden Elfen. Ihr habt den Auftrag, mich zu lieben. Mal nachdenken. Was haben diese angesagten Kinder, was ich nicht habe? Du meinst neben dem Aussehen, den Klamotten und dem Geld? Hey, das ist es. Ihr zwei gebt mir das gewisse Etwas, damit ich angesagt bin. Aber du suchst neue Freunde aus ganz falschen Beweggründen. Na und? Haha, dieser Einwand zieht leider nicht. Tschüss, Timmy! Einen schönen Tag in der Schule! Okay, Leute. Tag in der Schule! Tag in der Schule! Tag in der Schule!